In den letzten Jahren ist in Österreich die Professionalisierung im Pflegeberuf weiter vorangeschritten. Insbesondere durch die Kooperation mit dem Institut für Pflegewissenschaft an der BMU wird ein evidenzbasiertes Arbeiten im beruflichen Alltag forciert und damit das Berufsbild der Pflege gestärkt. Momentan ist Flexibilität gefragt und wir unterstützen uns gegenseitig. Deshalb ist auf unserer Intensivstation ein gutes Klima und ich komme jeden Tag gerne in die Arbeit. Trotz der großen Herausforderungen im Covid-Intensivbereich ist unser interdisziplinäres Team zum Glück stets gesund und stabil geblieben und dafür bin ich sehr dankbar. Bei uns können sich alle aufeinander verlassen und das macht mich stolz dieses Team leiten zu dürfen. Die Pflege und Versorgung von Covid-19 Patientinnen und Patienten stellt uns täglich vor neue Herausforderungen. Umso mehr schätze ich unser positives Arbeitsklima. Ich bin stolz Teil eines so starken Teams zu sein. Bei uns am Uniklinikum Salzburg bieten wir Ihnen in sämtlichen Intensivbereichen eine Vielfalt an Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Sie Professionalität und ein konstruktives Miteinander zu schätzen wissen, dann sind Sie bei uns genau richtig.